Raphael Nadal hat sich vor seinem Start bei den French Open sehr stolz auf seine lange Tennis-Karriere gezeigt, vor allem, weil man mir nicht aufgehört hat zu sagen, dass ich mit meinem Stil nicht sehr lange spielen werde, sagte der Weltranglisten Erste in einem Interview der Sportzeitung, Likib. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit 32 Jahren noch mithalten kann. Das sagt eine Menge aus, betonte der Spanier, der vor 13 Jahren den ersten seiner 10 French Open Triumfe feiern konnte. Seinen 32. Geburtstag begeht er im Verlauf des Turniers am 3. Juni. Vorsichtigen Reformen im Tennis gegenüber zeigte sich Nadal aufgeschlossen. So kann er sich vorstellen, dass der zweite Aufschlag abgeschafft wird. Dies könnte man auf kleineren Turnieren testen. Die Spieler würden immer größer und könnten immer härter servieren, sodass der Aufschlag immer größere Bedeutung bekomme. Saat sei angesichts der stets weiter steigenden Geschwindigkeit der letzte Belag, auf dem man einen Punkt noch aufbauen könne und auf dem Talent und Taktik mehr zählen als auf anderen Untergründen. Nadal empfahl zudem, die Weltrangliste auf der Basis einer Zweijahreswertung zu erstellen und nicht auf der Grundlage eines Jahres. Damit könne man verletzt pausierende Spieler besser schützen. Fünf Satz-Matches bei Grand Slam-Turnieren solle es aber weiterhin geben. Auch wenn sie nicht perfekt für das Fernsehen sind, für die Zuschauer sind sie genial, sagte der Linkshänder. Die wichtigsten Matches der Tennisgeschichte wurden über fünf Sätze gespielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017